Hallo und herzlich willkommen auf Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Channel. Heute testen wir für euch, ja was testen wir heute eigentlich? Wir fahren schon wieder Auto, allerdings nicht in unserem Auto, sondern in dem neuen Audi A1. In dem Follow-me-if-you-can-Layout. So und jetzt ist er gerade ausgegangen, was ganz nett sein soll, weil er soll sparen. Mal gucken, ob er es auch tut, wenn ich damit fahre. Naja, mehr dann nachher. Hier könnt ihr auch schon mal die quietschige Färbe sehen. So, mal gucken, was er so kann, ne? So, jetzt haben wir jetzt. Wir gehen jetzt später auf dem Tablet 200. Aber wir haben bis hier noch nicht. Ja, heute geht es um das Thema Auto und ja, anscheinend hat Holger zumindest gesagt, bin ich dafür zuständig. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ja, und heute wollen wir euch den kleinen Audi zeigen und zwar den A1 steht hier in ganz glitzeklein. Er ist ja auch ein kleines Auto. Und zwar haben wir von Autohof Reimers ihm zur Verfügung gestellt bekommen. Es handelt sich um den TFSI-Motor mit 122 PS, also der 1,4 Liter Maschine. Ja, und Name ist Programm und zwar hier unten steht es Follow Me und dann steht da unten, was man gar nicht sehen kann, was eigentlich auch gar nicht steht, If You Can. Das haben sie einfach noch vergessen, das fehlt. Ja, weil er ist deutlich, durchaus recht sportlich unterwegs, zwar nicht zu vergleichen mit meinem kleinen Bart, aber okay. Der hat auch mehr PS. Ja, Bart hat auch ein klein wenig mehr PS. Auf jeden Fall hat er einen größeren Kofferraum durchaus und schickt für den nachfolgenden Verkehr, wenn man mal irgendwo liegen bleibt, was auch mit einem Audi durchaus passieren könnte. Da hat man hier so glitzekleine rote LEDs noch drin. Ich weiß gar nicht, wozu das ist. Das ist wahrscheinlich, wenn der Warnblinker an ist. Und wenn man mal den Schmuck der Gattin transportieren will, hat man hier noch ein kleines Geheimfach eingebaut. Was man mir schon gesagt hat, kann man sich auch sparen, denn hat man nämlich noch ein bisschen mehr Kofferraum. Ja, Rücksitze kann man mit Sicherheit auch umlegen, wenn man das möchte. Einen großen Kopf darf man nicht haben, sonst sitzt man da schon an der Klappe hinten dran. Da hat es auch einen Tankdeckel, das muss man auch betanken, dieses Fahrzeug. 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Jetzt nicht so meine Wahl, ich würde andere nehmen. Viel größer müssen sie werden, größer. Ja, und so sieht er denn drinnen aus. Grau in Grau. Jetzt hat man mich gerade gesehen. Das ist doof. Das ist nicht doof. Und hört sich nach Auto an. Klappert nichts. Ja, und auf der anderen Seite hat er auch eine Tür. Wer wund, wen wundert es, die Fahrertür. Ja, ich gehe mal rein und mal gucken, ob ich alle Schalter und Knöpfe erklären kann. Ich glaube mal nicht. Und zwar hier in der Mitte, ganz schick gemacht. Draufdrücken, ist das Radio drin. Das funktioniert auch. Wir haben es jetzt mal für den Film einfach mal leise gestellt. Wenn man ganz viel Geld übrig hat, kann man sich da auch das Navigationssystem mitzubestellen. Ja, und dann hat es... Es steht jetzt leider ein bisschen verkehrt, das Lenkrad. Das schneiden wir nochmal. Weil so ist besser. So. Jetzt steht das Lenkrad auch ein bisschen besser. Hier vorne links und rechts neben dem Hubknopf, der nur geht wahrscheinlich, wenn die Zündung an ist, befinden sich Tasten für das Navigationssystem, für die Ansage, wenn man telefonieren möchte, für laut und leise Regler, Ton aus wahrscheinlich. Durchs Menü zu blättern. Hier sind diese Tasten. Aber die wirklich spannenden, ich hoffe, Holger kriegt das mit rein, sind diese zwei kleinen Knubbelpuddelduddel-Pedals hier hinten. Die machen nämlich ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann mal schalten möchte, weil es handelt sich ja hier um ein 7-Gang-DSG-Schaltgetriebe und zwar die S-Tronic, ist das bei Audi. Ja, sehr nett gemacht. In der Mitte befinden sich natürlich die Bedieneinheiten für Radio, falls man das nicht am Lenkrad bedienen möchte, für die Klimaanlage, für den sogenannten Muschi-Toaster, den hat man hier auch. Hallo? Ja, das nennt sich Muschi-Toaster oder für andere auch Sitzheizung, je nachdem. Also bei uns wäre es die Sitzheizung, aus Ermangelung an. Ja, ein bisschen Design möchte man auch bei Audi einbauen, und zwar diese Lüftungsdüsen, die kann man sich in 180.000 Millionen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten bestellen, wenn das vielleicht nicht ganz so grau und trist ist, wie bei den anderen Audis üblich. Da oben? LED. Ah, da oben hat es LED, möchte Holger uns sagen. Ja, da oben hat es ein bisschen LED. Ambientbeleuchtung hat es dann an natürlich auch noch, damit es ein bisschen kuscheliger abends wird. Ja, was gibt es noch zu sagen? Handschuhfach hat es zum Abschließen. Keine Ahnung, wozu man das wohl braucht. Wenn ein Dieb will, dann soll er gleich den ganzen Kerl klauen. Ja, und jetzt wollen wir noch mal in den Motor gucken, interessiert uns das? Ja, uns interessiert das. Okay, wir gucken, ob wir das Ding aufkriegen. Oh, riesen Hebel. Guckt euch mal diesen Hebel an. Riesengroß. Was bei Audi natürlich auch immer ganz schick ist, sind diese Blinker in den Außenspiegeln. Vielleicht zeigen wir das nachher nochmal, wenn sie an sind. Oder hatten wir vielleicht schon, keine Ahnung. Ja, und dieses Bad Wing-Zeichen. Auch alles in LED. Dieses Modell hat jetzt noch Xenon-Brenner, damit man auch ordentlich blenden kann die anderen Leute. Mal gucken, ob das Ding noch aussieht. Es geht von alleine auf. Zauber, zauber. Und es ist ein Motor drin. Und Blätter. Haha. Niedlich. So, und jetzt stellen wir uns nochmal ganz dumm und sagen, wo ist deine Ölmestatt? Da. Und wo füllen wir was ein, als dummer Auto-User? Immer nur in die blauen Trüppel. Und zwar dafür Wisch-Wasch-Wasser. Nämlich, das hat er nämlich auch. Wenn man Xenon hat, muss man ja auch putzen können. Und was haben wir sonst noch? Du kippst dann Öl rein. Motoröl kippe ich da rein. Deswegen ist das auch nicht, weil das macht keiner mehr. Das macht immer nur noch die Werkstatt für teuer Geld. Ja. So, toll. Ist noch viel Platz, ne? Da kann man auch einen größeren Motor einbauen. Und ja, es wird auch einen größeren geben. Und zwar hat mir der freundliche Herr von Audi vorhin schon erzählt, dass es ab, vielleicht schon morgen oder sonst, nächste Woche oder wie auch immer, diesen kleinen Rennner mit 186 PS schon zu bestellen gibt. Ja, und mal gucken, ob ich den dann auch nochmal fahren darf. Wäre auf jeden Fall spannender, weil diese 122 PS sind, ja, sagen wir mal, normal. Also die braucht es schon, um irgendwie von der Stelle zu kommen. Ja, und das war es jetzt erst mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Hallo und herzlich willkommen auf Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Blog. Channel. Channel? Channel. Hallo und herzlich willkommen auf Northern Delight, eurem Technik- und Lifestyle-Channel. Ah, ich habe die Schaltung gefunden. Hui.